Als ich mit meinen 17 Jahren begriff, wie sehr Gott mich liebt, dass er seinen Sohn gegeben hat zu meiner Erlösung, verzehrte mich das Verlangen danach, geistlich zu leben, Frucht des Geistes zu tragen. Doch stellte ich immer wieder fest, dass Werke des Fleisches an mir sichtbar wurden, dass ich allzu oft anstatt geistlich fleischlich reagierte. Ich las in der Bibel, ja, und im Galaterbrief steht geschrieben, dass die Werke des Fleisches offenbar sind, in Galater 5, Vers 19 und weiter, es sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Fressgelage und dergleichen. Also eine offene Liste, die sagt, wie sich das Fleisch ausdrückt, zum Ausdruck kommt. Und ich sah manche dieser Dinge in meinem Leben vorkommen. Ich lese auch weiter in Vers 22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Neun Aspekte, die von der geistlichen Frucht hier genannt werden, sicherlich auch keine geschlossene Liste, aber ganz wertvolle Aspekte der Frucht des Geistes. Wie komme ich dazu, das zu leben? Ich lese einige Verse früher, dass Apostel Paulus sagt, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Also der Schlüssel ist Wandel im Geist, Leben im Geist. Wie geht das? Ich habe damals den Predigen, unseren Pastoren Löcher in den Bauch gefragt. Was heißt Wandel im Geist? Das scheint der Schlüssel zu sein, dahin zu kommen, was ich so gerne möchte. Nicht die Werke des Fleisches zu tun, sondern in jeder Situation geistlich reagieren und die Frucht des Geistes hervorzubringen. Ich bekam so allgemeine Antworten. Ja, das bedeutet so geistlich zu leben. Bibel lesen, beten und geistlich leben. Aber ich dachte, da muss etwas Konkretes dahinter stecken. Es ist ja Wandel im Geist. Wie komme ich an den Geist? Oder wie bekomme ich den Geist? Ich weiß, manche suchen über Handauflegung ihn zu bekommen, die andere durch spezielle Veranstaltungen, wo man ringt um den Heiligen Geist. Aber wenn ich einmal umblättere, lese ich im Epheserbrief Kapitel 1 Vers 13 in ihm, das heißt in Christus, seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit des Evangeliums, eure Rettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Zwei Aspekte werden hier genannt. Ich habe das Wort des Evangeliums gehört. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich bin gläubig daran geworden. Wenn ich glaube, dass Jesus für meine Sünden auf Kreuz gestorben ist und mein Erlöser ist, wenn ich diesen Glaubensschritt mache, dass ich sage, du bist mein Herr und mein Gott, du bist mein Erlöser, vergib mir meine Sünden, sei mein Herr, dann bin ich versiegelt mit dem Heiligen Geist. Manche erleben das sehr dramatisch, sehr spürbar, die anderen gar nicht, aber Tatsache bleibt Tatsache. Wer das Evangelium und das Wort des Evangeliums hört und daran gläubig wird, wird versiegelt mit dem Heiligen Geist, ist nun aufgefordert, im Geist zu wandeln. Ich habe lange gesucht, was heißt das, im Geist zu wandeln? Und im Grunde genommen ist es einfacher, als es sich anhört. Es ist nichts Kompliziertes an sich. Es liegt im Wesen des Wortes. Wandel im Geist bedeutet Handel im Geist, Leben im Geist. Hier geht es eigentlich um einen Lebensstil. Es ist nicht eine Einzelhandlung, Wandel im Geist, sondern das ist das, was ich Tag für Tag tue. Ganz einfache Grundlage oder einfache Grundsatz für Wandel im Geist ist, ich höre auf den Geist. Ich höre, was er sagt. Wie kann ich das tun? Und vor allen Dingen hier, ja, alle Schrift ist von Gottes Geist eingegeben, ist von Gottes Geist durchdrungen. Deswegen ist es ein lebendiges Wort. Also ja, das stimmt. Bibel lesen gehört zum Wandel im Geist. Nein, einfach mechanisch lesen, mechanisch Gebete sprechen, ist nicht das, was Wandel im Geist bedeutet. Aber wenn ich in das Wort Gottes hineinschaue, mit der Erwartung, der Geist redet zu mir, mit der Bereitschaft, ihm zu gehorchen, und das ist der zweite Aspekt. Also, einmal hören, zweitens gehorchen. Diese Bereitschaft, das, was der Geist mir sagt, dann auch umzusetzen, gehört zum Wandel im Geist. Ich gewöhne es mir an, das, was der Geist Gottes mir sagt, das auch zu tun, was ich hier lese, auch zur Tat werden zu lassen. Wir haben so viele Aufforderungen in der Bibel. Also, sei Täter des Wortes, nicht Hörer allein, um einmal nur Jakobus zu zitieren. Wandel im Geist bedeutet, Geist zuhören und dem Geist gehorchen. Nun, Paulus sagt hier, da gibt es einen Widerstand in uns selbst, das ist das Fleisch. Unsere sündige Natur und die Reste der sündigen Natur, die noch in uns verbleiben, solange wir in diesem Leib leben. Dieser Widerstand kann ganz schön kräftig sein. Wandel im Geist bedeutet, dass ich nicht im Selbstvertrauen losgehe, nicht in dem Gedanken, ich habe jetzt die Vollmacht. Nein, die Vollmacht bleibt beim Geist. Und deswegen ist der dritte Aspekt für den Wandel im Geist, dass ich auf die Kraft des Heiligen Geistes vertraue, um diese Glaubensschritte zu tun. Ich vertraue dem Heiligen Geist, dass die Verheißung, die er gibt, auch in meinem Leben, sich verwirklichen kann und wird, weil es an seiner Kraft liegt, nicht an mir, nicht an meinem Fortschritt, nicht an dem, wie intensiv ich glauben will, sondern dass ich bereit bin, auch den kleinen Schritt zu tun. Das Reich Gottes ist wie ein Senfkörn. Es ist das kleinste Untersammerkörner, aber wird groß wie ein Baum. Und deswegen beginnt der Wandel im Geist in ganz kleinen Details und Dingen. Was davon, was ich schon gelesen habe und weiß, habe ich noch nicht umgesetzt. Wandel im Geist bedeutet, ich fange an, das umzusetzen. Und zwar Schritt für Schritt, Situation für Situation. Wenn ich so im Geist wandle, viel Zeit und Herz aufwende, um ihn zu hören und von ganzem Herzen es tun will, von ganzem Herzen glaube, dass die Kraft des Heiligen Geistes auch mich, den Jakob, verändern kann und die Frucht des Geistes hervorbringen kann, dann werde ich die kleinen Schritte tun, die dann die Frucht des Geistes in meinem Leben zu forschen bringen werden. In diesem Sinne wünsche ich uns einen Tag des Wanderns im Geist. Höre ihm zu, vertraue ihm, gehorche ihm im Vertrauen auf seine Kraft. Höre ihm, gehorche ihm, gehorche ihm, gehorche ihm im Hartz балde in einem neuen Ciao. Vielen Dank.